Ja. So. Ich glaube, ich sollte jetzt weg. Oh Gott. Zumindest nicht direkt daneben stehen, wenn das irgendwie versucht, hier schon wieder neue Zombies zu erschaffen. Boah. Ja, Leon. Weißt du, da musst du dich schon selber ein bisschen kümmern. Ah. Zack. Ich muss erstmal hier ein bisschen Munition auffüllen. Huch, der Falsche. Wo ist das Vieh? So. Ich glaube, ich muss mich auch einfach damit abfinden, dass ich dauernd irgendwie die Kamera verrückt von alleine. Scheiße. Ja. No, komm. Wo bist du? Ach so. Tod. Tod ist gut. Tod kannst du bleiben. So, wir nutzen mal ganz kurz den Moment. Quack. Mist. So, ich brauche mal endlich wieder ein paar Pillen in der Tasche. Das geht sonst einfach nicht. Okay. So, jetzt mal so ganz ehrlich nehmen, weil wie viele Menschen waren hier dann, dass hier so viele Zombies bei rauskommen? Ähm. Zack. Weg. Eigentlich sind doch schon alle tot hier, oder? Oder sehe ich das falsch? Na, klasse. Munis alle. Ekelhaftes, fettes... Monster. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, was ich hier jetzt mache. Ähm, da. So, wo habe ich denn? Ich habe gar keine Sprengladung mehr. Das ist natürlich auch wieder klasse geplant. Oh Gott. Ah, ich hätte... Ah, geh weg. Geh weg. Ich will nicht sterben. Scheiße. Huch, die lebt ja noch. Ah. So. Ach, dafür ist die gut. Drei Schuss, schnell in Tarnina. Zack. in your face, bitch. Na, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich will nicht. Oh Gott, Igitt. Zungenkuss ist nicht du. Nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Äh. Iiii. Das war ja wirklich Zungenkuss. Was ist das abartig mit der... Ich habe keine Munition. Ähm. Ah. So war das doch auch nicht gedacht. Leon. Die hält einen schon auf Trab. Muss man mal so... ...sagen. Komm, wo bist du? Da. Und schon wieder keine Munition mehr. Langsam wird es echt ein bisschen knapp. Und warum haut das Vieh jetzt da durch die Tür ab? So, mal kurz gucken. Oh Gott. Wie soll man denn auf die Art? Ach, schön. Sind neue Freunde mitgebracht. Und du bleibst liegen. Zack. Ja klar, Schafsschützen-Munition. Braucht man ja öfter. In einer Kirche. So. Geh weg. Hups. Scheiße, die ist ja schon krank. Das Vieh bringt ja wirklich einen nach dem anderen hier um. Na, endlich. Ich glaube, einer hat überlebt. Scheiße. U-Bahn-Schlüsselkarte. So. Ja. Ist ja unfassbar. Das ging ja mal irgendwie... Gar nicht. So, so viel dazu, dass ich mit ihr nicht so viel in Nahkampf gehen wollte. Mir bleibt nicht mehr viel übrig. Ich habe jetzt kaum noch was. Und dann werden wir uns mal jetzt auf in die U-Bahn machen. Oder wofür auch immer die Karte hier gut ist. Ich weiß zwar nicht, warum unter einer Kirche eine U-Bahn ist, aber... Ich nehme hier mal einfach so die Munition wenigstens an. Ja, toll. Erfahrungspunkte. Klasse. So. Zack. Und auf geht's. Und auf geht's. Und auf geht's. Ladebalken, Ladebalken. So. So. Stellen Sie Untersuchungen zum unterirdischen Labor an. So. Jetzt können wir Leon endlich mal zeigen, was hier so Sache ist. Das heißt, sofern wir hier irgendwie weiterkommen. Die Tür sieht nämlich ziemlich zu aus. Alles klar, wir haben da oben eine Zwei dran. Alle Räume hier scheinen nummeriert zu sein. Dann brauchen wir eine Steuerkonsole. Da. Zack. Okay. Können hier anscheinend... Gut. 012... Achso, alles klar. So, dann können wir jetzt hier die Türen öffnen. Müssten natürlich den richtigen Code für die Tür da hinten ausprobieren. Die fängt auf jeden Fall mit einer Zwei an. Und... Da bleibt eigentlich... Ach, wir gehen einfach jede Tür durch. Mal gucken, was da so passiert. Ja, gut. Das ist jetzt irgendwie nicht so die Überraschung schlechthin. Zack. Okay. Ich habe gerade noch auf den Geschossen. Sollte ich mir die Schüsse ja auch sparen können. Alles klar. Also wir haben hier Zellen. Und hier sind die Leute eingesperrt. So, können wir hier durchgucken. Da ist wieder... ...ein Schreihals drin, so wie es aussieht. Und hier? Hier sieht es leer aus. Aber es hat natürlich nichts zu heißen. Okay. Probieren wir mal jetzt die zweite links. Also es muss eine Null in die Mitte. Mal sehen. Und... ...rechts... ...sieht es aus, als ob es da mit einer Null anfängt. Dann probieren wir mal jetzt... Ähm... Ups, Entschuldigung. Probieren wir mal... ...eins... ...null... ...zwei. Oh Gott. Der Schreihals. Alles klar. Na, das muss ja sein, dass der nochmal rumschreit. Blödes Mistvieh. Ich glaube, wir bekommen gleich Besuch. Na nun? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass hier nichts kommt. Okay. Dann machen wir die... Versuchen wir es jetzt nochmal mit der Tür. Was hatten wir jetzt? Eins, null, zwei. Okay. Probieren wir mal das andersrum. Null... Zwei... ...zwei... ...null... ...eins. So, Lian. Geh mal gucken. Geh mal vor. Das nennst du gucken gehen. Es hat gearbeitet. So, irgendwie... ...weiß ich noch nicht, welche Waffe ich jetzt am besten nehme. Da liegt aber es auf dem Boden. Sieht jetzt nicht so gesund aus. Das scheint wieder eins von diesen Ekelviechern zu sein. Und das scheint tot zu sein. Wir können das ausführen. Ach, da links wäre sie gewesen. Okay. Was erwartet uns hier? Igitt. Ah, ein grünes Kraut. Okay, wir müssen diese Tür aufmachen. Ich brauche das grüne Kraut. Dringend. Hier sieht es... ...oh, fast leer aus. Da ist eine zwei da hinten. Ach, das sind zwei Räume in einem. Okay, dann sollten wir erst das mit der Null ausprobieren, bevor wir beide Räume mit einmal öffnen. So. Ein fünster Schüler kann hier rauskommen. Du musst nur die Nummern und die Türken schicken. Wir nehmen mal die Null, Eins, Zwei. Ja, Leon, lass dir Zeit. Ach, geht doch. Kann ich ihn doch vorschicken. Ich muss mich ja hier nicht extra mit dem rumplagen. Oh Gott. Die KI ist wieder mal zum Knutschen. Okay. So, und was haben wir da? Eine große Kiste. Okay, also einen kleinen Lagerraum, so wie es aussieht. Dann sollten wir jetzt gucken, dass wir die Kombination dafür bekommen. Das müsste ja dann irgendwas mit einer Zwei sein. Rechts haben wir mit einer Null, also nehmen wir zwei, Null, Eins erstmal. Ja, war die richtige. Okay, nochmal grünes Kraut, das ist gut. Und was haben wir hier? Bestimmt wieder... Oh, da ist sogar mal eine erste Hilfe-Spray. Das hat sich gelohnt. Bisschen Munition ist auch okay. Besser als nichts. Okay, dann werden wir jetzt die anderen Türen öffnen. Eins, null, zwei offensichtlich. So, eins, null, zwei. Los, Leon. Geh mal vor, stress dich mal mit dem. Oh Gott. Bleib liegen und bleib tot.